Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin! Hier haben wir den Rätselmeister fertig gemacht. Was machen wir jetzt mal? Und... Jo. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, wir werden jetzt gleich zur nächsten Arena düsen. Oh Gott, bin ich müde. Oh Gott. Weil, because of, ähm... Wir haben unseren Daddy verprügeln dürfen. Endlich! Ahoy! Aus der Hafen... Spule ich jetzt auch schnell weil es will keiner sehen. Nrrrrrrrn. Habt ihr das schon gesehen? Also... Book City. Nrrrrrn. Nrrrrrn. So, wunderbar. Habe man das geklärt? Nrrrrn, nrrrrrn, nrrrn, nrrrn, nrrrn. So, Pokémon sind da. Pokémon, wer kommt nach vorne? Ja, passt schon. Sehr schön. Initiative kommt nicht auf den Blumen. Zu eröffnen? Nein. Genauigkeit. Oh, eine Initiative, wenn überhaupt. Mal schauen, wie er schneller ist! Hehehehehe. Na, da gibt es sowas, kann man sagen. Gibt es noch einen enormen Vorteil, meinst du nicht auch? Ja. Kann einen enormen Vorteil haben. Aber wie gesagt, nur kann. Ach, ne. Ne, Koro. Na, ganz klar. Laubklinge. Natürlich. Aber was sonst? Und nochmal. Pfff. Mit x Tempo bin ich schneller als ein Inikoro. Wie cool. Und das, obwohl Inikoro nicht gerade langsam ist. Zack, passt. Ich kenne jetzt mal kurz was an, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber ich glaube daran. Ähm, vielleicht werde ich Pokémon planten. Vielleicht. Brauchen wir noch Verteidigung mehr. Kommt drauf an. Welche Verteidigung? Kriseauberraum. Gern. Hey Loser. Verschwinde deine kostbare Zeit nicht, damit die Fähigkeiten eins Pokémons zu blockieren. Warte mal. Fail. 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 Man. Was war das denn? Ah, Funken sprung. Megablock. Jo. Super. Ähm. So. Fertig. Fertig. Warte mal. Ich hab die Erinnern ja nie kapiert, was da irgendwie besonders sein soll, aber... Die gehen halt die teilen und dann... Ach, sind die trotzdem kaputt. Bla bla bla. I lose. Hello. Raum der Stärke. Der wird doch wohl nichts ins Angriff geben. Bla 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 bla. Auch wenn du das Kind des Leides bist, oh yeah. Gruß wieder. Hm. Funken... Nix angriff, wie gesagt. Funken sprung. Bam! In your face, Franco. Und paralysiert. Sehr schön. Ich war sogar schnell ganz in dem Initiativraum, also irgendwo... Aber das war aber nichts. Fail. Uhhh... Arena Leiter! Niclair. Gabi. Fier Orden. Final versprochen werde ich nur im Zukunfts-Ust-Ust-Ust-Ust-Ust-Ust-Ust-Ust. Ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen, aber Kampf ist Kampf. Ich werde das Arena Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Weil dann soll es dir ebenfalls sein Bestes geben. Norman mit Nomad oh scheiße Pokémon Letarking Montier Letarking Letarking ein unglaublich fieses Pokémon es hat Wert der legendären also es ist ähnlich stark wie ein legendäres Pokémon wie man direkt merkt Problem jede zweite Runde pennt sonst wäre das Viech einfach zu über und ich hoffe jetzt mal dass es nicht nur mal Fassade einsetzt Fassade ganz typisch ähm Dingens Normalattacke oh scheiße Fassade na super what gesehen das Viech auch rein schnuck weg los Schlammbord Mö 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 wow na klar komm vergifte es gerne gärna fail oh Gott das würde auf jeden Fall nicht wehtun deswegen ist Norman auch wow so gefährlich ich 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 totaler veridiot Fassade bekommt ein Step wenn das Pokémon unter Paralyse oder so'n Scheiß leidet oh nein oh nein weißt du das könnte den König jetzt gnadenlos verlieren weil das Viech hat eh schon mordsmäßigen Angriff den ich grad halbiert hab dann kriegt Fassaden Step wiegen normal dann kriegt Fassaden Step weil's paralysiert ist ihr könnt euch den Rest hier ungefähr denken oder das ist grad mal das Erste sein zweites Tacking ist ja noch stärker gnadenlos scheiße das ist jetzt schlecht bis oh super scheiße und zum Glück kann's keinen Powerpunch sonst wär ich jetzt ziemlich am Arsch super natürlich warst du nicht auf danke Mistvieh komm schon ja Just Detacking Nummer 1 das wäre das noch stärker und das sind die XP oh nein ja noch ein Mundtier Mundtier ist am Anfang Entwicklung des Bummels das pennt auch jede zweite Runde Mittelentwicklung ist Mundtier das ist hyperaktiv und drückt bis halb Liter okay okay Leute wir müssen uns jetzt echt was einfallen lassen hm also das würde ich auf jeden Fall nicht irgendwie Eisenabwehr ja steigt stark sehr schön Faulinst oh 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 wenn ich Glück habe down jetzt kann nicht passieren dass wenn sein Fokus nach oben geht dass dann der Fokus wieder verloren geht und dann macht das immer und immer wieder das heißt man hat ihn sozusagen instant gekillt aber schafft das mal das oh oh scheiße bitte verlier deinen Fokus Gott bitte ja na aufklinge kabam in your face attack faulinst ja das ist das Problem bitte wenn ich jetzt ganz viel Glück habe habe ich jetzt ähm ist jetzt down bum 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 so schneller schneller als das fliegt bin ich sowieso aber das heißt nichts wow sehr schön um schlecht kein Lichter ist los come out weg ist es okay trotzdem haben wir jetzt noch Mundtier vor uns und das könnte uns immer noch ziemlich nicht fertig machen laubklinge fuck was hat natürlich ah Mundtier ist nicht minder stark also jetzt überlebe ich nächste Runde auf jeden Fall um schneller als Mundtier bin ich ja eh also laubklinge und vernichte es los wir haben unseren Vater besiegt jihau ich ich kann es nicht ich kann es nicht glauben Malo ich habe gegen Malo verloren nein nun Regeln sind Regeln nee das ist für dich Malo gewinnt 3100 Geld Teile Pokodollar Balansorten vom Vater erhalten warum nicht normal mit diesem Morgen sich verteidigen der Poké und Pokémon die von dem Surfer kalender haben können auch zum Reisen über Wasser verhindern ja Kingway Surfer aber das gibt ein Geschenk für dich ich bin sicher du wirst es gut nutzen dem 42 nehme ich Fassade und halt Fassade verdoppelt die Stärke verbrannt wurde genau so sehr dass ich mich rette wenn ich gar nicht sagen wie stürzig bin dass mein Vater macht es mir einerseits sehr stolz andererseits aber auch traurig oh ja die Eltern von Heiko sind vor kurzem gewesen Sankt Nassel was schenken möchte Malo ja Surfer speichern oh ich finde also ich muss nur sagen Norman ist echt hart er hat alle unsere Pokémon zum Beispiel fertig gemacht bis auf Staubil die kam ja nicht zum Einsatz aber Mann oh Mann jetzt hatte ich echt Angst dass ich schon wieder verliere merkt ihr was ich bin jetzt ein paar 23 ookémon gelb wär ich jetzt schon fast fertig oder war ich schon so gut wie fertig LOVE 思 بن T signific blablabla Flank mir allein dir als Heiko dass Heiko richtig glücklich gemacht hat ohja Ich bin nicht neu gekommen. Mich hat das Vater sehr glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund für dich gefunden hat. Sollte es keine Bestechung sein. Ich möchte dir die schenken vor M03 Surfer. Bbäm. Der Pokémon Surferbash kann zu viele neue Autos bereisen. Iha. So, jetzt überringen wir mal den Surf vorbei. Nämlich. Ja, Staubi. Hart, oder? Ja, hey. Staubi wird zwei VMs lernen. Dann Valreiser später wird auch noch zwei VMs lernen. Nämlich Staubi. Oh. Taucher und Kaskade. Also bitte verzeiht mir. Und am Fassade werde ich... Schluckweg beibringen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen. Wo muss denn das denn hier? Es kann unter Umständen ziemlich mäßig sein. Ständig. Jetzt haben wir Surfer und damit werden wir auch einen kleinen Nebenquest beginnen. Ja, da ist nicht lang. Nur ein paar Sachen holen und dann... Bam! Oh ja, deswegen werde ich aber zuerst mal ein bisschen Sunder hochleveln, weil surfen und so. Ja, für den Pokémon habe ich jetzt keinen Bock. Sonst ehrlich. Wozu habe ich denn Supershots? Oh, ich sehe gleich die Folge ist live vorbei. Hey, du. Der Blar, Blar, Blah, 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 Blah. Ja, wunderbar. Marl. Juhu, Marl. Tja, Marl, Wasser. Funkensprung. Bam. Jo, was für XP. Am Schiff werde ich dann ein bisschen aufräumen, aber hier, ne. Guck mal, ich noch bis zum Schiff. Das wird jetzt schwer. Oh Gott. Ich hab doch einen Superschutz. Was soll das? Hey, dich auch nicht mit einem Schlachtentacher. Bam, so. Was zur Hölle? Wie geht das? Ich muss beenden. Gleich jetzt fort, also. Den Tantacher jetzt jetzt weggeholzt wurde. Ja, Tantacher ist down. Sehr schön. Okay, nächstes Mal machen wir weiter mit Let's Play Pokémon Rubin am Wrack. Servus.